Da bin ich wieder. Immer noch nachdenken, wie ich hinter diesem blöden Lieferwagen wieder vorkomme. Und zwar möglichst in einem Stück. Achso, in einem Stück, dass ich... Naja. Gut, ich glaube... Mal schauen, was passieren, wenn ich mich in den Raum hier verziehe. Ui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui oh shit ich laufe mir immer hinterher, so blöd sind die leider nicht da drin ist der nächste Lieferwagen, wo ich mich verstecken kann Pistil Peets Flowers and Gifts okay, jetzt kann ich mal schauen, ob ich hier rüberkomme jetzt müssen sie nämlich nah ran, um mich zu kriegen zumindest in der Theorie sie sind aber auch schlau genug, weiter weg über das Gebäude zu laufen oder noch schlauer und sie kommen gar nicht erst hier mal schauen, vielleicht finde ich aber auch einfach nur einen Nebeneingang irgendwie sowas, wie ich da reinkomme zieht aber leider nicht danach aus okay, wir hocken da leider immer noch selbstmord ouch kommt halt her also gut ich könnte eine recht riskante Taktik probieren reinrennen und die eine Spezialfertigkeit, die erste die ich hatte zu aktivieren ähm und so dann Moment mal whistle your zombies danke, einer hat den Fehler gemacht sehr schön so hey, jetzt habe ich auch wieder die Hand sehr gut ich kann ja über Wände laufen, dann weiß ich nämlich schon, was ich mache hehehe wir schnappen uns nämlich einen von den Schützen, der oben auf dem Dach steht hoffentlich funktioniert es den da, der ist gut einer von den beiden hier so, eins ach so, die Typen auf den Dächern beseitigen das läuft doch, das läuft doch ich komme so nur nicht auf die Idee, jetzt meinen Stubs anzugreifen läuft doch mal schneller hier also, so, so, reichweite was ist das für ein Gewehr, dass man da nur einmal einen Schuss hat ist hier grauenhaft ist das Keten, oder was? weil der lädt die ja von vorne nach da ist doch noch einer kriege ich halt zwar keine Zombies durch die Typen, aber ich beseitige sie wenigstens Mist ein Zombie hat einen Treffer bekommen hab ich den jetzt mal getroffen Wart nach ja, gut, getroffen die sind jetzt schon ziemlich stark dezimiert da unten au wo kam das jetzt? ach, Stops ist wieder getroffen worden, ist natürlich nicht so schön ist gar nicht schön kann ich hier nicht irgendwie ah, gut so, das hast du jetzt davon schönen Plan hier kaputt zu machen ach gut, es sind glaube ich nur noch drei jetzt ich brauche den so ein Hirn um mich zu heilen und um die gesamten Fähigkeiten wieder aufladen zu können ja, wie viele denn noch? hier sind die Zombies ausgegangen, aber jetzt bin ich hier in dem Gebiet das heißt ich kann die mit ein bisschen Guerillataktik dezimieren da bis in der Theorie mit so einer Theorie lauf, lauf, Stops, lauf, 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 ohhhhhh verdammt das warΐ eindeutig der markers zuvél oh, jetzt kann ich wieder da hinlaufen Oh nö, jetzt hocken die auch wieder auf den Dächern. Verdammt, wann wurden das das letzte Mal gespeichert? Warum kann ich da nicht auf den Rasen? Ich hüpfen muss. Äh, lauf schon. So, hoffen, dass ich mich regeneriere bis ich um die Ecke komme. Danke. So, jetzt kann mich wieder die Hand einsetzen. Allerdings zimiere ich die erstmal noch ohne Hand, wenn die schon so blöd sind hier. Noch einer. Und schön gemacht, weil das sind die Zombies. Ah, da ist noch einer. Oh, verdammt. Ich glaube, ich muss mich verziehen und die Taktik mit der Hand wieder einsetzen. Den da vielleicht noch. Verdammt. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Flüchten! Aber erst regenerieren. Oh, oh. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Das ist natürlich blöd, weil es lief jetzt so gut. Jetzt muss ich erst wieder schauen, dass ich irgendwie die Hand auffüllen kann. Mich dann verziehen, oben wieder einschnappen. Äh, und dann die ganze Sache wieder beenden. Tun. Ah, da ist die Hand. Gut. Jetzt hüpf schon! Ah, blöder Stubs. Äh, brain. Ah, ich muss noch ein bisschen weiter hinterher. Gut, hier dürfte es jetzt funktionieren. Ich darf noch ein bisschen weiter hinter, dass sie mich auch ja nicht so schnell finden. Hm. Jetzt hier war es so angehört, als wäre da einer zombifiziert worden durch meinen einen Zombie. Krabbel, krabbel, krabbel. Ach, ja. Wo hocken denn hier die Zombies? Sehr schön. Oh nein, der war nicht auf dem Dach. Scheiße. Naja. Nein! Platt nach! Oh, na, das ist mal derbst in die Hose gegangen. Natürlich wird gleich auf mich geschossen, aber den, der gerade meinen schönen Plan kaputt gemacht hat und jetzt schon wieder, kann ich leider auch nicht zombifizieren. Das läuft gerade irgendwie nicht so schön. Verdammt, da hinten ist wieder einer. Ja, aber ich habe eine Idee, wie ich die jetzt klein kriege, wenn die mir alle hinterherlaufen. Campen wir einfach ein bisschen. Ja, schön. Komm her. Gut, zygu, 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 zygu. Ich kann zu meinen Zombies wizzeln, aber ich weiß nicht, woher die Zombies sein sollen. Das war einer. Der hatte noch einen Helm vom Ersten Weltkrieg an. Hat ihm ja nicht viel gebracht, das Ding. Okay, jetzt habe ich wieder die Hand, aber da die mir hier gerade alle hinterherlaufen. Kommt mal alle her hier. Ich weiß nicht, wie viele ich noch habe, aber egal. Oh, die stehen gerade alle so schön auf dem Haufen. Oh, mein Gott. Geh fressen. Dieses Problem ist gegessen. Und auch du hast ein kleines Problem. Also, jetzt nicht mehr. Gut. Ach, jetzt kommt schon die nächste Welle. Leider sitzen die Schützen oben auf dem Dach noch und das könnte sich noch als Problem entpuppen. Ah, ihr blöden Schrotflint. Also, jetzt muss ich jetzt mal wieder in Deckung gehen. Zombies hier sollten ein bisschen, äh, zumindest kurz halten, solange bis ich regeneriert bin. Dann kann ich mir den da drüben schnappen. Ich muss die Scharfschützen oben vom Dach holen. Jetzt brauche ich die Hand. Die Hand habe ich zwar. Oh, mir ist hier einfach zu viel los. Oh, verdammt. Halt doch mal still. Ach, scheiße. Nein, nein. Aha. Ich hab's gut gehabt. Ey, muss ich ihn jetzt holen, sonst erledigt er mich. Oh, shit. Oh, Mist. Naja, ich... Nein! Ach, das kann doch nicht wahr sein. Immer erwischt dich irgendeiner von der Seite. Ah. Ah, und immer bei der letzten Welle. Okay. Rüberstürmen, versuchen einen, die... ähm, den... das Hirn zu klauen und dann eine Hand auf die Mütze zu setzen. Das hat immer noch am besten funktioniert. Nein! Ich hab ihn umgebracht. Scheiße. Oh, verdammt. Okay, das... Das wird nichts. Ah. Irgendwie ist das Spiel als andere als leicht. Das ist definitiv die Schützen von den Dächern, aber... Oh, das war ein schlechter Zeitpunkt. Äh, ich flicht mal wieder da rüber. Ich höre da Schritte. Da. Komm her. Wieder hinter uns im Lieblingsblumentopf setzen. Er kommt. Ich weiß doch nicht, wo die Zombies hocken. Aber wenn man sie herrufen kann, machen wir das doch mal. Oh, ich bin zu früh raus. Aber jetzt haben wir die Hand. Mit einem zusätzlichen Zombie. Und den hier... Können wir auch noch zertifizieren. Schön. So, und jetzt schnappen wir uns nicht jeder den Schützen. Erstmal die Zombies hierher schicken. Dass die nicht sinnlos abgeknallt werden. Und jetzt. Direkt an die Wand. Sehr schön. Man muss da schon ein bisschen überlegt vorgehen im Spiel. Gefällt mir aber, weil eigentlich ist es in den Tests, das Spiel wäre viel zu einfach. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur wieder blöd an. Da. Da ist ein gutes Opfer. Ausgesetzt, da siehst du jetzt nicht. Scheiße. Ja. Es gibt, dass sie nur einen Schuss haben. Ja, mit dem Ersten Weltkriegshelden. Schuss schon gehört. Treffer. Wir aber auch. Gut. Primärziel sind die Schützen auf dem Dach. Genau die da. Und noch einer weniger. Muah. Noch einer. Also der hier ist eh gleich gleich noch ein Treffer weg. Ach nee, war eine Laterne. Hoppla. Blatt nach. Ja, gut. Dann sind die Schützen auf dem Dach schon mal weg. Schön, wie sie da unten umfallen. Die Waffen funktionieren halt auch umgedreht, Jungs, ne? Hättet ihr vielleicht mal bedenken können. Sollen. Tun. Oh, jetzt haben sie ihn erwischt. Na gut, ich habe die Schützen von dem Dach erledigen können. Das ist schon mal gut. Jetzt wünsche ich mir gerade einen Savepoint. Oh, das waren wohl meine Zombies. Gut, locken wir sie wieder an. Und dann wende ich mal kurz die Folge. Okay. Okay.